zeig uns sein depot heute das gesicht in der taler box basti zu besuch ich freue mich sehr dass die zeit gefunden hast erstellt uns einmal seine strategie vor und wir gucken natürlich auch belief das letzte jahr bei dir bist du gut durchgekommen hast du mut gehabt oder einfach hast laufen lassen schön dass du da bist ich freue mich das video heute basti vielen dank für die einladung ich bin gespannt lost my portfolio wichtig noch mal alle zuschauer wir wollen ja nicht irgendwo ein performance vergleich unter den ganzen deutschen bloggern machen weil jeder hat andere strategien jeder andere belastbarkeit mir geht es einfach darum mal verschiedene ansätze zu zeigen basti hat auch eine sehr schöne präsentation vorbereitet danke dafür auch mal genau darüber wie hast du dich im tief verhalten weil ich denke auch fehler die andere schon gemacht haben muss man nicht selber machen aber man kann für inspiration finden genau aus dem grund machen wir die video reihe und ich habe noch weitere gäste auf der pfanne also es wird noch ein paar videos geben wenn euch da irgendwelche leute einfallen oder personen die ihr gerne hier sehen wolltet lasst mal einen kommentar da genau hast du kennt das schon und jetzt legen wir mal los ich glaube das erste was du mitgebracht hast du mal so grundsätzlich deine überlegung warum du überhaupt geld anlegst und investierst das finde ich auch ganz gut weil nur wer weiß wo die reise hingehen soll weiß ich wie schnell und wie lange das ganze dauern wird genau das ist immer so ein bisschen mein credo mit ich da vorgehe also was ist sozusagen mein ziel oder was das ziel von vielen ist also die finanzielle freiheit ein stückweit und ja da gibt es ja die große bandbreite von finanziell abhängig zum beispiel als kind gerade noch bis hin zum finanziellen überfluss dass man sich mehr leisten kann was man sich erträumt hat und ich bin da für mich so eine art stufen system vorgegangen ok langsam finanzielle stabilität habe ich mir vielleicht ein bisschen so ein notgroschen aufgebaut muss ich nicht auf meine finanz investments zurückgreifen dann nenne ich das ganze immer so schön so ein bisschen okay man hat so fuck you money oder müssen vielleicht blören dass man sagen geld für die nächsten zehn jahre hat und immer noch so sich alles leisten kann und ja das ist sozusagen immer meine ziele und das ziel war so bis 35 eigentlich die finanzielle sicherheit zu erreichen ja und durch gute investments und den crypto halten stückweit habe ich das vorher erreicht das war natürlich ganz cool und ja wenn ich immer ein level erreicht habe versuche ich sozusagen mit einer strategie die ich jetzt gleich vorstellen werde so immer das abzusichern also das ist ja da unten nach boden doppelter boden wie im zirkus kann man sich vorstellen dass da unten bei dem trapez unten drunter noch das netz ist und nach oben hin versuche ich dann halt immer bisschen aktiver und spekulativer vorzuschießen da habe ich so zwei strategien einen aktiven part mit dem das ganze langsam und stetig wachsen soll und einen somit sogenannten dream beds und ja aktuell befinde ich mich so bei der finanziellen sicherheit und möchte auf die finanzielle unabhängigkeit kommen also finanzielle sicherheit bedeutet für mich erst mal ich kann mir meine wohnung leisten lebe da sehr spontanisch noch alles aber essen und trinken das sind so die grundneeds und das nächste sozusagen jetzt auch dass man sich ein bisschen spaß und luxus leisten kann urlaub da man wird vielleicht auch im lebensumfang wachsen das ist so der grund warum ich investiere und ja ich habe dann für mich dann halt die verschiedenen stufen ich hoffe das erst mal so verständlich eine frage dazu hast du dann so grundsätzlich einen tipp dass man sagen kann okay bis stufe zwei stufe drei stufe eins geht das ganze normalerweise relativ langsam mit sparen passiv ach so das geht relativ schnell am anfang sogar ich habe das dann im detail in meinen könnten videos noch mal genau erklärt dass man zu sagen erstmal abhängigkeit das hat ja wahrscheinlich dann die meisten schon erreicht irgendwie wenn sie jetzt nicht irgendwie student sind oder sowas aber das erreicht man ja relativ schnell und dass die zweite stufe die ich jetzt gar nicht so drin habe ich wollte es überladen ist dann so ein bisschen notgroschen aufgebaut dass man so am anfang gleichen schnellen motivationsschub bekommen und dann geht das halt immer so weiter man sagt dann irgendwann okay man kann sich ein jahr auszeit jetzt können wenn man nicht mehr arbeiten würde aufgrund seiner investments aber auch notgroschen das gibt ja vielleicht schon mal ein stück weit sicherheit und ja so ich habe das nur diese zehn jahre hier einfach mal so reingemacht und die finanzielle sicherheit ist jetzt gerade ein kapitalstock erreicht mit dem man seinen aktuellen lebensstandard in den grundzügen erhalten kann das verändert sich natürlich immer wieder aber diesen teil der sicherheit möchte ich einen gewissen investments absichern die nicht so großen volatilitäten unterliegen wie zum beispiel kryptus jetzt das ist die idee dahinter so dann zeig mal die bausteine video die du aktuell einsetzen würdest genau die bausteine sind hier so in der soll gewichtung wie das ganz aussehen soll 50 prozent ist sozusagen die basis insgesamt sehe ich das ganze so ein bisschen wie eine raketenabschuss basis in richtung finanzieller freiheit also die basis meine mission control ist so die erde welt portfolio sagen viele auch dazu glaube ich das ist diese absicherung von der ich eben gesprochen habe da möchte ich sozusagen die rendite des markts replizieren mit so einem portfolio gehen wir dann genau gleich darauf ein das zweite ist dann diese wenn ich die stufe erreicht habe diese alphabets nehme ich das so raketen die man losschickt um sozusagen von der erde sich loszulösen aktiver den weltraum zu exploren es geht sehr stark in die weltraum richtung merkt man auch wo mein interesse im hobby liegt das ist aber auch jetzt nicht dass ich da alles riskiere sondern ich habe da so zwei grobe richtungen die ich investieren möchte können wir auch genau da eingehen dann welche das sind die ich mir da vorstelle für die zukunft also sehr stark auf einer makro ebene und dann habe ich sozusagen dieses skyhooks das kommt auch aus der weltraum das ist so eine technologie solche ja satelliten die man in der erdumlaufbahn befindet dann so slingshots mäßig werden die reingemacht und losgeschossen die haben sehr sehr großes risiko ich fühle das immer wie so eine art ja kanone auf und dann wird die losgeschossen das potenzial dass es alles verloren geht aber auch dass es so genannte wie man neudeutsch sagt diese tenberger werden kann also die zu sagen noch mal extrem boost für diese leiter der finanziellen leiter sind und wenn ich dann das nächste level habe sage ich okay ich habe jetzt diese finanzielle grundsicherung jetzt habe ich die finanzielle sicherheit aber auch irgendwie erreicht noch die nächste level dann sicher ich mich mit den übergewinnen überhängen aus alpha und skyhooks sozusagen in dem basisportfolio ab damit ich dahin sage okay level erreicht abgesichert wird erreicht abgerichtet obfakt wieder nach unten gefallen auf das level aber mit dem skyhook kann ich mich da immer wiederholen das ist so ein bisschen meine vorgehensweise muss jetzt nicht jeder für sich nehmen du meinst ja schon viele wege führen nach rom aber das ist so der grundgedanke erst mal bei den zehn prozenten aufgemalt hast bist du ganz klar ja auch bewusst dass acht stück von den aktien drin hast vielleicht komplett pleite gehen könnten und zwei genau ecke und damit kannst das ganze sehr gut aushalten genau das ist definitiv auch das habe ich so viel von peter thiel aus einem buch adaptiert sozusagen eine aktie hat das potenzial eine ganze branche disruptiv zu verändern beziehungsweise das potenzial das zehnfache zwanzig dreifache zu machen und viele anderen davon 90 80 prozent die werden ausfallen oder ja im sande vergehen habe ich beim crowdfunding auch so gehabt habe ich sehr viel mitgenommen damals habe ich für mich viel 250 euro investiert in fünf verschiedenen unternehmen alle sind in die hose gegangen ja ist halt so aber ich habe das geld auch schon im kopf abgeschrieben und so mache ich das mit der neuen strategie jetzt auch ein bisschen höheren maße jetzt als vor ein paar jahren noch aber ja mir ist schon bewusst dass das sehr 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 riskant ist und nicht für jeden zu empfehlen und auch nicht mit dem erbe ja und deswegen das heißt also auch für dich selbst wenn du mal die nächste stufe erreicht hast heißt es nicht skyhook wird dann auf 20 prozent erhöht sondern nein dass er beschrieben da wird wieder die sicherung reingehauen man kann so genau bergsteiger dass ich sein nägelchen die wand also nicht runterfällt und dann gehst du die nächsten level auch in der gleichen konstellation weiter vor so verstehe ich das jetzt genau okay und ja eine frage die mir natürlich immer auf der seele brennt wenn ich solche prozentzahlen sehe wie gehst du davor zum thema rebelling sind oder wenn du beim skyhook sogar drei werte drin hast die mega gut laufen und je nach einem jahr eben 30 prozent von einem portfolio ausmachen verkaufst du einen teil davon oder sagst du mir geht es hier bei der investition um diese prozentzahlen wenn da mal was richtig läuft tue ich den teufel verkaufte gut laufenden aktien sondern lassen erst mal laufen also wie ist da diese prozentangabe zu verstehen für dich ja es gibt ja immer das soll und das ist das eine ist ein bisschen die theorie und das eine ist die praxis das ist natürlich die soll gewichtung die wird natürlich sehr schnell aus der disbalance geworfen wenn man im aktiven teil im alpha zum beispiel krypto und co drin hat da gibt es dann für mich für mich grenzen oder potenziale die sehe wo ich da nicht umswitche ich glaube du gehst ja so ein bisschen ähnlich vor ich werde jetzt mal irgendwelche zahlen so in den raum wenn dann zum beispiel bitcoin über 100.000 geht dann sagt man schon das interessanter unten drunter sagt der stefan bei uns alles irgendwie ja sozusagen rabattschilder dran das gleiche ist so ein bisschen bei den skyhooks da sehe ich so okay ich investiere da kann ich aber genau darauf eingehen da einen gewissen betrag und dann wächst das und wächst immer weiter und ich sehe okay gibt es gerade ein investment mit einem höheren potenzial wo ich das geld reinstecken könnte wenn nein lasse ich das drin aber nehme ab einer gewissen grenze wenn ich weiß okay ich hätte jetzt das nächste level erreicht nämlich sozusagen die chips vom tisch das sind zum beispiel ja ich möchte jetzt den das nächste level ist in 50.000 erreicht und es hat 100.000 gemacht irgendwelche zahlen jetzt merke ich fest und okay die 50.000 möchte ich immer noch ein potenzial in diesem skyhook lassen aber ich möchte mir das andere level schon mal absichern weil ich dann entspannt ruhig schlafen kann für mich auf jeden fall weil wenn ich da sehe das bewegt sich in tausender schritten das natürlich trotzdem egal wie lange ich das schon mache mich emotional immer ein stück weit triggert dass ich mein handy aufmache oder meinen broker deswegen ist das so meine soll gewichtung aber ich mache dann immer wenn es extreme booster gibt okay nächste level absichern nach hinten hin aber trotzdem noch das potenzial drin belassen wenn ich für mich noch glaube dass es zu diesem zeitpunkt das höchste potenzial hat mit dem geld was es erreichen kann und dann lass uns mal anschauen mit welcher mischung du am besten genau ab und kannst du den basis investment aussieht da habe ich dir vorher schon gesagt echt so viel anleihen das habe ich noch bei keinem bisher aber du hast du sie was genau genau das ist so mein mission control mein weltportfolio von ray dalio und da geht es ja erst mal jetzt nicht darum irgendwelche krassen renditen zu erreichen sondern den markt zu replizieren in allen verschiedenen marktphasen die es da gibt mit inflation deflation wachstum und ja abschwächung der wirtschaft und da gehe ich dann halt wie folgt vor ist es hier erst mal so ein anteil von aktien relativ klassisch 70 30 world in the merchant markets msi das kennen wahrscheinlich die meisten das ist natürlich um den aktienwachstum den wachstum der welt mitzunehmen dann habe ich hier gold drin ganz klassisch das wahrscheinlich in vielen portfolios drin ist man sagt der krypto das neue gold das kommt aber gleich noch so ein bisschen trotzdem finde ich immer noch sozusagen als eine art hedge drinnen rohstoffe habe ich auch noch drinnen so ein aktegulcher etf von com stage glaube ich klar rollverluste rollgewinne ist mir alles bewusst auf jeden fall es geht mir hier eher um die korrelation im markt auf jeden fall bin ich auch gerade so ein bisschen am testen evaluieren ob es sinn machen könnte dort aktien unternehmen auf rohstoffe zu nehmen habe ich auch schon verschiedene theorien zu gelesen bin ich aber hier sozusagen in dem rohstoff etf noch drin muss man halt gucken dann online das wo viele sagen jetzt bringt auch gar nichts mehr ja definitiv für mich ist es aber definitiv nur ein diversifikations element und der real verlust der real gewinn hat sich nicht viel verändert weil die deflation die inflation sorry gestiegen ist ein stück weit und damit wir immer noch die gleiche absicherung haben was ich aber jetzt gerade mache was ich gerade neu bewegt ist ja dass die anleihen ja generell nicht mehr so interessant in den usa sind und das große investoren die industrial investoren gerade kapital abziehen aus den anleihen märkten irgendwie in den usa und auf china gehen da muss ich für mich noch genau gucken wie ich das persönlich um switche aber da habe ich ja einmal den mit dem shift ich habe die stärke die währung von china wird wahrscheinlich stärker werden in der zukunft weil sie wollen das ja auch weil sie ihre waren und dienstleistung daran abrechnen können weil wer das geld hat oder bestimmt der kann natürlich auch die welt beschließen klar es wird nicht überproportional steigen sonst haben sie probleme mit den exporten das natürlich auch scheiße deswegen werden sie ein bisschen balance halten aber ich glaube wenn ich da in anleihen investiere habe ich da das potenzial sozusagen dass man die währung stärker wird die rendite ist natürlich bei uns nichts mehr aber in china gibt es immer noch so drei prozent aktuell deswegen kann man da immer noch so ein bisschen online world sagen da werde ich auf jeden fall mehr in diese china online gehen und man hat natürlich diesen kapital inflow die steigende nachfrage in ja asien nach anleihen und ich sehe das immer nur so ganz plump auch wenn das vielleicht jetzt davor ein bisschen technisch war okay wem möchte ich gerade lieber geld leihen irgendwie ja china oder irgendwie usa und da sehe ich gerade als kreditwürdiger eine größere mission eine größere baustelle oder projekte hat da für mich china das ganze politische thema erstmal aus in acht gelassen das ist natürlich eine sehr risikokomponente die bei dem ganzen mitspielt das ist mir bewusst deswegen die anleihen world bei den tipps kann ich auch sagen dass in der inflations geschützte anleihen da ist es gerade mit der steigenden inflation mich dagegen abzusichern ja ich weiß ich habe hier noch das zinsänderungsrisiko da gucke ich auch gerade weil wir beim nullpunkt sind ob ich dann mich auch noch gegen das zinsänderungsrisiko abhätsche da muss ich jetzt gerade gucken ob das sinnvoll ist was ich dafür premium pain müsste ist sehr sehr technisch aber insgesamt versuche ich das kann ich so zwischen fazit sagen alles sehr automatisiert zu machen mit sparplänen also ich greife da gar nicht grum ein dann in anleihen im merchant markets das sind so ein bisschen mein renditetreiber auch einer meiner lieblings anleihen etf da habe ich so eine grund kupon anleihe von 45 prozent drin finde ich immer ganz geil das zahlt dann immer so mein fitnessstudio und so ein spaß kann man damit ausrechnen das was die leute sich gerne bei aktien ausrechnen und dann high yield anleihen ist auch nur eine baustelle wie mit den world anleihen gerade wenn man jetzt vor dem hintergrund der cobit 19 situation ist und dem steigenden schulden bergen wie sind die rückzahlungsraten sind die premium nach gerechtfertigt für den risiko da muss ich auch noch ein bisschen gucken ob da ja das noch konkret im portfolio bleibt da ist auf jeden fall noch so eine kleine baustelle ja das ist so dass erst mal das absicherungsportfolio und hier geht es wirklich darum noch mal um zu sagen ja die marktrendite der welt der welt zu replizieren und ich rechne damit so eine redite von 67 prozent real sind das mit inflation wahrscheinlich dann so fünf oder 4,5 in diesem bereich einfach zum absichern von bisher besteht genau dafür gedacht genau zwei drei werke haltung noch zwei drei fragen gerade zum thema anleihen dass er einmal gesagt die inflation skisierten vielleicht gibt es jetzt die draußen schon die ersten sagen dass uns gesichert wie geht es wirklich her wichtig da es gibt unterschiedliche arten für inflation skisierten anleihen und auch da muss verstehen wenn ich irgendeine sicherheit drin habe zahle ich dafür ist eine versicherung die versicherungsprämie also sind nicht zur erklärung für dich dass du das weißt ist mir klar also sondern einfach die zuschauer sondern man muss dafür einfach eine prämie zahlen eine geringe rendite und wenn sie jemand mit solchen inflation skisierten anleihen beschäftigt bitte bitte genau gucken ist der zins inflationsgeschichte gesetzt das ist meistens oder ist die rückzahlung geschützt das ist sehr sehr seltener fall das war so ein punkt was mir immer wieder auffällt wenn das thema inflations geschützte anleihen es kommt immer wieder mal auftaucht dass die leute sich dann nicht im klaren sind dass ich gucken muss zins oder alles und ich glaube das alles ist entscheidende und nicht der zins eine letzte frage zu dem portfolio insgesamt wie würdest du vorgehen jetzt zum beispiel gerade der zinsmarkt jetzt gehen meine zukunft in fünf jahren wir haben eine verzinsung die irgendwo zwei prozent höher ist als jetzt würdest du dann sagen okay ich bleibe da dabei wird zu irgendeine änderung vornehmen oder musst du auch ganz klar hinnehmen wenn der zins um zwei prozent steigt dann werden die ein großteil der anleihen die du da drin hast ja fallen weil die neue verzinsung ja attraktiver ist und jemand lieber dann neue anleihen kauft und deine gestraft ist wie gehst du mit zinsänderungen hast du schon gesprachen um was gehst du wie gehst du davon aus wenn zum beispiel der zins in fünf jahren um ein zwei prozent gestiegen wäre definitiv das ist ja ein sehr sehr großes problem und das spricht redalio auch an er hat dann so ein kleines notfallportfolio und hat da so indikatoren wann er das macht ich versuche dann ein stück weit in den etfs umzuschichten auf kürzere laufzeiten dann ist der hebel nicht so groß wenn du natürlich jetzt eine 30 jährige oder es gibt auch hundertjährige anleihen die ausgegeben wurden die wahrscheinlich sich amortisieren in 500 jahren gefühlt da muss man dann halt gucken okay gehe ich ein kurzfristiger rein da muss man ein bisschen zusätzlich gucken der asiatische markt gehe ich da stärker rein weil ich da gerade sozusagen auf geopolitischer veränderung was ich in dem aktiven teil sehe einen stärkeren shift in diese märkte dass ich da noch mehr bekomme durch diese umschiftung die bewegung kann ich da so ein bisschen dem entgegen wirken klar wird sich das immer so ein bisschen die waage halten das kann nicht ein land so komplett eskalieren in den zinsen sonst gibt es glaube ich so disbalancen das ist so ein bisschen meine aktuelle strategie ich hänge da auch so ein bisschen am mund von ray dalio wie er da agiert und reagiert das große problem ist halt dieser der langfristige ende des schuldenzyklus muss dann halt diese schuldenschnitte geben könnte und das was dazu kommt ist der switch von der macht verhältnissen von usa auf china deswegen bin ich da so ein bisschen was der ein oder andere wahrscheinlich auch hier so diskreditieren wird oder sagen anleihen china kann man das vertreten das ist so die möglichkeit die ich gerade nur habe sonst wo soll ich sonst hin dann müsste ich komplett aus den anleihen raus andere asset klassen neue erstandene asset klassen die bitcoin kann man die dann nutzen sehr volatil hier soll es ja nur ruhig sein deswegen ist es gerade ein sehr komplexes verhalten was am markt passiert und ich versuche mich trotzdem bestmöglichst dahin reaktiv oder proaktiv dagegen zu schützen ja also man sieht passiv investieren heißt nicht nichts tun sondern einfach ja er schon auch ab und zu mal eine stellschraube drehen das ist ein wichtiger punkt das gehört auch dazu wenn man genau genau muss man über gucken ob es das neue das ist glaube ich ja gut vergleichbar so nach motto im laufband produziert autos und das ist jetzt kein schrott am ende rauskommt irgendwie so ein alu ding da muss ich mal gucken okay macht die maschine noch sinn kann man das automatisieren also diese stellschrauben muss man immer schon sehr viel beachten gerade weil die finanzwelt sich war immer wieder ein stück weit wiederholt aber wir verändern auch uns sehr stark immer schneller ablaufende zyklen firmen und so weiter technologien was im nächsten teil dann so ein bisschen beachtet wird also das ist auf jeden fall ein punkt den man beachten muss dass die welt sich auch verändert und man nicht nur nach hinten schauen soll sondern nach vorne vielleicht auch das gerade gesprochen oder angesprochen du hast ein paar grafiken dazu mal beigebracht wo man sehen kann wie funktioniert warum uns dann gehen wir einfach auf die nächste seite ja natürlich auch ziemlich interessant ist und mal sehen rückblickend vor allem langfristig wie wirkt sich das ganze aus genau das ist sozusagen jetzt hier mal eine performance analyse von ray dalio selbst von dem ich das ganze ein bisschen adaptiert habe in der ersten grafik sehen wir hier es gibt gleich noch eine andere was wurde da versucht man wollte ein konventionelles portfolio so klassisch 70 30 ich glaube hier in dem beispiel sogar 60 40 habe ich jetzt nicht genau hier liegen was man dafür renditen zum portfolio also 60 prozent aktien 40 prozent anleihen was da so rauskam in der rückschau und dann hat man so eine Rendite von 9,8 gehabt und hatte eine standard variation von 11 und jetzt hat man sozusagen das allweather portfolio auch auf diesen return nachgebaut mit den gleichen sozusagen returns und hat dann festgestellt dass die standard variation fast um die hälfte niedriger ist und dann hat man aufgrund von return und standard variation eine sharp ratio von 0,6 bei dem ray dalio portfolio oder allweather und bei dem konventionellen von 0,35 also wir können sozusagen die gleiche rendite erzielen bei niedrigem riso risiko das ist eigentlich alles was wir wollen und das sieht man hier unten auch so schön an den drawdowns die alten aus den 70er jahren wird es keinen interessieren aber zum beispiel die nuller jahre sieht man hier okay die klassische börse weil wissen die meisten wahrscheinlich noch selbst 0,2 noch stark nach unten viele unternehmen hat es zerlegt oder sind ja pleite gegangen und das allweather portfolio ist hier in dieser zeit gerade extrem gut gelaufen da hatten sie glück plus gut aufgestellt und auch in 08 und 09 in der krise sozusagen die ja noch die meisten vielleicht ein stück weit kennen hat es auch nur geschafft irgendwie so 15 20 prozent sagen wir mal einbruch wo wir am normalen markt 40 gesehen haben also das ist eine was für mich persönlich das interessante ist dass ich hier gerade diese blaue linie relativ smooth durch den markt kommen mir keine gedanken machen muss sozusagen um meine absicherung um das in dieser leiter noch mal zu zeigen das nächste was gibt was viele auch noch machen wollen ist okay das risiko von einem konventionellen polo portfolio kann ich auch eingehen das ist mir bin ich bewusst ich kann damit auch ruhig schlafen wenn das 20 30 prozent nach unten geht haben die als nächstes gemacht okay die sagen die passen die standard variation auf das konventionelle portfolio an und hebeln dann sozusagen die rendite beziehungsweise haben es dann geschafft statt einer rendite von 9,8 prozent von 13 prozent also sie haben das risiko angepasst und damit eine höhere rendite erschafft und wenn man dann in die portfolio theorie gehen möchte sondern man wisse sagt okay man ist dann weiter oben links über dieser sharp ratio beziehungsweise die effizient frontline wird das auch genannt weiß noch von meinem finanzprofessor und da bewegen wir uns dann in einem besseren bereich oben links ist die sonne hat er immer gesagt und das ist sozusagen die möglichkeit oder das ziel des portfolios genau dann kommen aber jetzt die einflüsse wie veränderung von online zinsen und sowas hinzu die man dann so ein stück weit beachten muss und ja adjustieren sollte risiko anpassen das heißt höheres risiko bewusst eingehen und wie kann man das genau weltportfolio gut wird portfolio tun weil die meisten sagen ja risiko sind ja meistens die aktienposition heißt es dann doch die höhere aktienquote eingehen oder wie wird man sein vornehmen dann stil im aktienbereich könnte man sagen okay man gehört ein größeres risiko ganz klassisches beispiel aus der finanztheorie ist zum beispiel big caps haben weniger risiko und weniger wachstum als small caps diese klassische theorie anderes beispiel wäre zum beispiel dass man statt ein nestek 100 den nestek 200 nimmt beziehungsweise von 101 bis 200 dass man sagt okay die sind noch kleiner die haben höheres aufholpotenzial das ist das eine in der erste klasse aktien die zweite klasse ist so ein bisschen anleihen okay ich nehme jetzt keine anleihen mit aaa rating die sehr bonität stark sind sondern gehe ich vielleicht so ja in die fast schon junk bonds rein mit einem höherem risiko oder die high yield bonds unternehmen anleihen im unternehmen ist ja schon mal per se immer risikoreicher dort eine anleihe aufzunehmen als von einem land nicht von jedem land ich lasse jetzt mal sehr pauschalisiert aber die weißen leute wissen wahrscheinlich was ich meine um da kein land zu diskreditieren und dann gibt es natürlich auch noch unternehmen wo sich das sehr stark differenziert so ein siemens sieht natürlich ganz anders aus als wenn man irgend so einem tesla wahrscheinlich jetzt irgendwie eine anleihe geben würde vielleicht test das jetzt auch wieder aber sagen wir mal irgendein anderes weltraum fahrt unternehmen das jetzt zum beispiel satelliten in den weltraum schießen möchte da gibt man wahrscheinlich so mit einem höheren zinsaufschlag eine anleihe aus als das bei der siemens der fall ist und das sind so die stellschrauben und dann könnte man sagen okay versuche ich dann zum beispiel bei gold oder könnte man auch sagen okay ich weiß ich könnte mir jetzt auch minen anleihen kaufen minenaktien kaufen man weiß dass die meistens noch stärker fluktuieren man hat dann vielleicht noch einen größeren hebel versucht man irgendwelche rollrenditen noch beim dinge rauszuholen und dann wird es aber auch schon wieder okay das übertreibt man nicht ja das dafür ist dann vielleicht der aktive fahrt besser sondern hier lieber smooth durchgemacht also man kann immer viel machen es gibt viele wege nach oben ich finde es schön zu zeigen dass ein basis investment einfach gar nicht so langweilig klingt oder ist ja klingt vielleicht weil viele ist bar ne ne ich habe meine drei etfs meine anderen etf lass laufen sondern auch da muss man manchmal überlegen und vielleicht mal nachjustieren und vor allem wenn man halt den markt sogar mit sowas versuchen will auch zu performen aber outperformen dafür ist das ganze eigentlich gar nicht gedacht bei dir sondern extra dann raketen start hinter dir oder hast ja sachen drin die eben nicht klassisch etfs anleihen rohstoffe geld wo es schon eben um andere themen geht und das finde ich auch schon mal ziemlich interessant weil das ist also die erste stufe du gesagt hast damit möchtest du dich ja insgesamt aufs nächste level hoch hieven um dann wieder die sicherungsseite reinzuschieben und was ist dann dafür nicht so die wichtigsten bausteine im bereich rakete man fang nochmal an also was das ziel hier ist dass es highly diversified bets auch von ray dalio der hat auch ein alpha portfolio alpha rockets beziehungsweise so eine kombination zwischen katie woods und ray dalio sozusagen aktiver bestimmte hypothesen aufzustellen und die dann zu replizieren meine zwei haupthypothesen sind in dem aktiven part einmal die geopolitische veränderung der shift der machtverhältnisse von europa oder der westlichen hemisphäre nach china hin auch muss man natürlich gucken sehr großes gesellschaftliches risiko politisches risiko auch wenn sie vielleicht in grundzügen gute sachen antonen lassen gibt es natürlich noch sehr sehr viel was man beachten muss in china da läuft viel nicht richtig wahrscheinlich bin ich jetzt auch schon im punktescore nach unten gefallen auf jeden fall das ist eins aber das gegengewicht so ein bisschen und auch diese nachhaltigkeit beziehungsweise auch ja usa und europa nicht so nicht nach abhängen zu lassen wollen ist so dieser technologische wandel den ich sehe der sich immer schneller verändert wo unternehmen wie elon musk vorreiter sind aber ja ich glaube das ist noch die stärke von nordamerika aber auch europa sozusagen diesen technologischen wandel sehr schnell mitzunehmen und das dritte ja das ist für mich eine neue asset klasse da muss ich selbst noch wo ich die einordne aber ist definitiv aktiv wahrscheinlich noch ja ist die ganze krypto und dann ist so die aufteilung tatsächlich ein drittel in diese krypto als aktiven diversified bett auch diversifiziert nicht nur bitcoin dann habe ich sozusagen ein drittel in technologien und dann ein drittel sozusagen in china beziehungsweise asien pazifik bin ja großer indonesien fan und habe da stückweit vielleicht auch noch mit einer brille des europäers eine sehr starke entwicklung gesehen das gibt es dann auch bei den bets die ganz oben kommen dass man da gewisse trends sieht die bei uns gar nicht so schnell sind oder wo level übersprungen wurden das sehr interessant sind und ja ich kann auch mal sagen wie ich einzeln investiere wenn du das möchtest nur einmal ganz kurz was ich auch wichtig finde natürlich klar du schreibst ja 13,4 nasdaq und 20,3 technologien natürlich ist nasdaq auch technologie das ist viel mischung genau natürlich in china und zielraum sehr viel technologielastige aktien drin also nicht ganz so nicht dass jetzt jemand erachter das dann klar das ist mal so eine tablone das ist glaube ich ganz wichtig das ist ja dieses klassische paradoxen oder problem so ein bisschen überschneidung eher zentrifiege oder klumpenrisiko in einzelnen bereichen wenn man irgendwie tesla wahrscheinlich einzeln kauft tesla irgendwie dann da noch und dann hat man gefühlte irgendwie 20 prozent tesla dann merkt man das ja schnell von folio ja aber ich gehe einfach mal so durch wie so die grobe soll gewichtung ist dass du die verteilung des geld immer so ein bisschen und die zielgewichtung irgendwann 13 prozent in den nasdaq ungefähr da ist so die überlegung was ich eben schon anklingen lassen habe dass man vielleicht die nestex aus der zweiten reihe vielleicht ja auch noch zu 50 prozent aufnimmt weil da noch sehr interessante unternehmen drin sind die jetzt noch gar nicht so auf dem fokus der großen anleger sind aber ja auch großes potenzial haben technologien da gehe ich dann so in richtigen und die arken west schiene also zum beispiel weltraum ist ein sehr großes interessantes thema oder ja generell fintech da kenne ich mich gut aus sagen im asiatischen markt und so weiter und so fort oder usa markt n 26 bei uns in europa kennt ja jeder inzwischen das gibt es aber in asiatischen ländern noch 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 viel krasser aber auch autonomes fahren und das wird alles so in einem etf so ein bisschen zusammengefasst msci disruptive technologies etf esg da habe ich das alles ein bisschen drin ich versuche auch in die arg etf reinzukommen gerade aber ein bisschen schwierig aufgrund der regularien die vor europa noch nicht perfekt aufbearbeitet sind konnte man mal kurz kaufen dann nicht weil die gemerkt haben die deutschen broker ach das funktioniert eigentlich gar nicht dürfen wir nicht und dann habe ich ein video gemacht dann was weg also da geht ein großer teil in ich versuche dort möglichst breit alle innovativen branchen abzufüttern so arg invest ideas 20 21 bringt diese 13 12 sozusagen branchen auf ich versuche jetzt nicht eine explizit rauszunehmen dafür ist die nächste stufe so ein bisschen da sondern ich möchte an diesem globalen technologischen fortschrift partizipieren dann china sehe ich einfach mit einer du wolltest was fragen ich wollte eine frage das heißt bei den alpha rockets sprechen wir immer noch für dich ganz klar von branchen und länder etfs ja 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 single stocks die extra rausgesucht hast das war gar nicht prozent wo man gleich noch darauf eingehen genau genau spezial etf okay ja gut ja das das hier ist auch alles sehr automatisiert hier alles mit sparplänen und so weiter und so fort da gucke ich mal ob die gewichtung grob stimmt irgendwann noch mal ob ich da mal kurz switche einen monat dann kommen wir zum beispiel zu china dort habe ich sozusagen einfach diesen ganz großen ja vision mission von china sozusagen sich da ganz vorne zu platzieren ich weiß ich sage es immer wieder jetzt muss man immer gucken politische risiko deswegen ist es auch nur ein teil der komponente mir ist das bewusst ich hoffe dass das umdenken auch da kommt ich hoffe auch auf die gesellschaft selbst an sich dass sie sozusagen dem kader irgendwann mal so ein bisschen auf die füße treten und dass selbst große ja unternehmer wie jack ma sozusagen dadurch mundtot gemacht werden das muss natürlich passieren und ich hoffe dass der technologische fortschritt oder ja da ein stück weit sie darauf hin treibt oder die meiheilungsfreiheit erhöht und dann natürlich asien pazifik sich auch sehr stark gerade länder wie indonesien oder indien habe ich lustigerweise einen interessanten film gesehen auf netflix the white tiger und dann hat er gesagt the next century is the century of the white and name of the yellow and brown man sagt er so also jetzt keine irgendwie diskriminierung oder was aber er sagt das so selbst als inder sozusagen das ist die zukunft sozusagen indien als eine riesen volkswirtschaft und china gehört und das sehe ich super spannend china sehe ich allen voran die haben eine mission eine vision sowas wie ja im unternehmischen bereich sehe ich das also wie elon musk mäßig und aber auch indien indonesien extrem stark wachsende volkswirtschaften extrem viel potenzial und das möchte natürlich auch mitnehmen und ja der letzte teil krypto den kennen wahrscheinlich die meisten da gehe ich so fast so ein bisschen nach marktkapitalisierung der top 10 20 allen voran natürlich bitcoin als eigene asset klasse sehe ich das schon ein bisschen ethereum und dann und so weiter und so fort wie wir sie alle kennen die ist sozusagen bei der börse stuttgart zu kaufen gibt bei der vision app da die habe ich immer am start darüber kaufe ich viel und dann noch so einst kleinere bets wo ich dann mal irgendwie bescheid bekomme und das ist sozusagen alpha rocket strategie da wirklich langfristig zweistellige renditen zu machen ich kann gleich mal zeigen wie viel ich da gemacht habe grob aber ja das darum sollte eher weniger gehen so um dieses show auf hast du ja gesagt das nicht aber können wir doch mal gucken was da für potenzial ist ich sehe so zweistellige renditen also über zehn alles darüber ist natürlich cool ja das ist so die vorgehensweise so und da bist du schon mal bereit etwas mehr risiko einzugehen um es auch mal jedem zu sagen wenn man halt chancen von zweistellig über zehn hat muss man aber bewusst sich das risiko eingehen es kann hat man auch in einem jahr ganz schlecht laufen und macht damit vielleicht minus und das ankommt depot öfterin positiv also überall da wo man hat bewusst risiko eingeht langfristig soll sich das tragen aber nur kurze zeitintervalle anschaut ist dann immer wieder auch ein zeitintervalle dabei der durchaus mal schlechter läuft muss ich glaube immer wieder erwähnen weil wir ja so euphorisch von zehn prozent im jahr sprechen gibt es viele zuschauer die denn ja also ich kann auch langfristig mit risiko auch nach unten wichtig also krypto weiß ja jeder selbst 20 30 prozent sind da normal ich weiß nicht wie ich das abschalten konnte aber das berührt mich gar nicht mehr so wahrscheinlich weil es so surreal ist irgendwie technologien irgendwie auch mal auch gesehen kann letzten jahres zack ging es auch mal 20 prozent nach unten schau bei mir hilft dann immer einfach nicht reingucken aus den augen aus dem sinn und auch china zum beispiel da kann geopolitisch jetzt immer was passieren und das kann sein dass es komplett todesinvestment ist ich gehe diese wette ein ich sehe sondern dass das potenzial ist höher als mein risikoverlust so gehe ich immer so ein bisschen rein auch bei den technologien auch bei den kryptos selbst wenn das komplette portfolio in die hose geht ich habe immer noch meine absicherung und und das hier sind aktive betten aber ich bin gewillt das risiko einzugehen jetzt nicht komplett alles auf 100 prozent risiko aber schon ein sehr erhöhtes risiko und das muss man schon verkraften oder mit seiner aktuellen situation tragen können also ich habe keine frau und kinder muss da irgendwie kein versorgen habe keine verbindlichkeiten also deswegen also wenn alles morgen weg ist ich bin immer noch der gleiche ich muss dann nicht irgendwie keine ahnung meine familie irgendwie noch durchschlagen sondern wir haben ich selbst einen wichtigen punkte angesprochen hast wirklich extrem entscheidend dass ich bei gerade solchen riskanteren investitionen genau überlegt wie hoch sehe ich das verlustrisiko wie hoch die gewinnchance nachhinein zum beispiel xap vor kurzem ss relativ viele probleme gehabt habe ich mir auch überlegt ist also keine bewerbung keine beratung aber das ganze wie natürlich keine empfehlung aber auch da überlegt man sich wie groß ist das risiko dass eine kryptowährung zum beispiel weiter fällt und wie groß sind die chancen ein nachholpotenzial aufzuholen im vergleich zu anderen kryptowährungen und dann kann man vielleicht bewusst bei gewissen risiken nicht jedes definitiv nicht jedes risiko ein gewisse risiken wo man sieht die downside ist vielleicht 50 prozent verlust die upside gehe ich von bis zu 4500 prozent gewinn aus und dann kann man gewisse punkte mal raussuchen bewusst als risiko alpha wie hier oder nachher haben wir sogar auch die skyhooks oder sogar wirklich auch einzelwerte aussuchen guten ansatz darüber im klaren ist und nicht einfach blind links sagt ja risiko nehme ich so welches risiko und wo sehe ich die gewinnchance und da braucht ihr bitte nicht basti zu kopieren er müsste nämlich das gleiche sehen wenn ihr sagt chino mag ich nicht und überhaupt und kryptos alles für mich dann baut es nicht bei euch ein das ist nur seine idee eine strategie und ich finde es bisher sehr sehr cool aufgebaut aus heißt nicht dass jeder von euch die kopieren muss denn wenn eine ganz andere meinung seit wird es niemals langfristig das ist immer also das ist so noch ein super interessanter punkt den ich auch für mich gerade in der retro perspektive festgestellt hatte ich hatte zum beispiel früher noch so ein rentenportfolio was nur auf die dividenden war und ich dachte mir dann noch mal so okay passt das zu meiner aktuellen lebensituation ich brauche die dividenden jetzt gar nicht im alter ist das richtig cool oder meinst du dividenden etf ja ja also generell so dividenden etf beziehungsweise dividenden strategie ja und da und da und da zum beispiel wenn man in der rente ist braucht man vielleicht ja so ein cashflow monatlichen das kann ich mit dem portfolio jetzt gar nicht abbilden ist auch super schwankungsintensiv also macht das gar keinen sinn vielleicht muss dann jemand der das möchte dividendenportfolio aufbauen mit stabilen werten oder ich habe auch für mich gerade so sogenannte weltunternehmen festgestellt die zum beispiel ja entweder die ganze nahrungsmittelwirtschaft oder bestimmte teilbereiche wirklich ja mit bewegen oder fast alleine als monopolisten oder polisten mit zwei drei irgendwie machen deswegen das ist für mich für meine jetzige situation so 33 jahre mit dem hintergrund so sieht es aus für mich die beste aber das kann für jemand anderen der im alter ist und schon ein kind hat irgendwie ganz ganz anders aus das muss man glaube ich sich bewusst werden dass es da viele wege nach rom geht bin gespannt wie dein weg zum entsparen und zu deinem rentendepot ja ich bin gespannt dass man 20 jahre gehört jetzt gibt ja ja das jetzt kommt der dritte punkt da bin ich besonders gespannt weil jetzt kommt uns mal wirklich mal einzelwerte an wie du eben solche skyhook unternehmen als deine skyhooks ausmachst wie sie findest und dann kann man auch nicht mal genau an die hand von dieses skyhooks mal einzelne werte anschauen wie du eben der corona zeitlich verhalten hast du das im vorfeld mir ja gesagt da hast du ordentlich eingekauft hast bei vielen sachen glück gehabt auch da waren sachen dabei die halt immer noch im minus sind und das ist echt schwierig und sachen zu coronatiefs gekauft hat die immer noch im minus sind da muss man echt ziemlich daneben gelangt haben aber zeig uns mal wie die skyhooks strategie funktioniert okay ich überspringe dann die performance des alfa portfolios zeig dir natürlich verzeihung ja das ist also keine ahnung also das ist die kryptos weil ich habe gesagt habe ich habe es mal ohne zahlen hier reingemacht das war natürlich gerade letztes jahr da können wir darauf gehen kryptos sind sehr gut gelaufen sozusagen overall sieht man was ein plus ist und hier sieht man zum beispiel dieses alfa rockets sind auch recht gut gelaufen aber man sieht ja auch ist auch stark eingebrochen am anfang des jahres also mir ist das schon bewusst oder man sieht ja hier auch mal ich kann jetzt nicht genau sagen aber 30 40 prozent ging es dann mal nach unten und das muss man aushalten können ich weiß dass ich damals beim poker konnte ich das nicht weil ich da aktiv involviert war jetzt geht es ein stück weit weil ich ein bisschen losgelöst und nicht so tief rein gucke aber das noch mal so kurz das kann man auch rausschneiden wenn man so eine strategie weiterhin vertraut dann hält man so ihr abwerber eins auf wenn ich nur jemandem copycat nach mache und ich weiß man hat das richtiges gefühl wird es schwieriger sein also auf einmal da draußen eine eigene strategie habt dann ist es leichter sondern so ein downsides nach unten so einen markteinbruch auszuhalten weil er überzeugt hat als wenn irgendjemand einfach nur blind hinterher rennt und deswegen ja ich glaube viele die jetzt dabei waren haben wahrscheinlich auch zu gröner zeiten diese einbrüche gesehen auch da als es hieß die amerikanischen zinsen steigen tech-werte ging es auch nach unten also das muss man als aushalten können wenn man versteht warum tue ich das und auf welchen zeitraum tue ich das und ja das gehört mir zu also alle diejenigen die seit coronatiefs eben investiert sind die trade republic und co nutzen denkt bitte dran bleibt weiter dabei und solche zeiten werden ja immer wieder geben und es gibt eben nicht nur den weg nach oben es kann auch sein ende nächsten jahre sitzen wir hier und wir sind 30 40 prozent im minus auch das kann durchaus wieder vorkommen ich hoffe es natürlich für mich aber das ist normal das ist normal zu der welt dass börsen sich bewegen nicht nach oben sondern auch mal zwischendrin nach unten langfristig das sagt links oben ist die sonne bin ich da absolut normal in diese richtung definitiv ich glaube der lange atmen und in seine strategie vertrauen zu haben jetzt kommt sozusagen die 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 skyhooks sozusagen die wieso art ja ist katapulte oder so ja nach oben schießen sollen und da ist so die strategie so drei bis fünf stream beds zu nehmen und mit denen sehr spekulativ vorzugehen das ist dann schon ein bisschen kommt was bei mir aus der ecke aus diesem crowdfunding oder weil ich irgendwann mal ins private equity will sozusagen das ist jetzt sagen das vorgelagerte was ich vom crowdfunding damals gelernt habe was für fehler ich da gemacht habe von team firma anschauen ja das möchte ich jetzt sozusagen hier auf das nächste level bringen habe ich jetzt letztes jahr in der retropäse rückwischschauend habe ich das gemacht mit einem kleinen sandkasten test der gut verlaufen ist da habe ich noch mal ein paar sachen für mich gelernt und jetzt wird das sozusagen auf das neue level gebracht und ich gehe da nach einer gewissen strategie vor für mich ist das ganze sagen so ein countdown der ablaufen muss dann kriege ich eine gewisse punktzahl raus also das ist jetzt zum beispiel sehr sehr aktiv das andere vorher war das packtiv und hier gehe ich jetzt wirklich wirklich rein also ich gucke mir dann die unternehmen an was die visionen was wollen ich verändern und für mich muss das sein die wollen etwas komplett eine ganze branche verändern richtig disruptiv das wäre sowas wie ein tesla das wäre sowas wie enabling technologies für den weltraumexploration also von drohntechnik hin bis zum beispiel lasertechnik von diesen satelliten von starlink wie kommunizieren die miteinander also wirklich grundlegend was verändern können und die sozusagen ja diese tenbacker sein können dann gucke ich mir an was ich sehr darauf achte was aus dem crowdfunding kommt wie ist das team so aufgebaut was haben die für eine vita wer ist das davor wie gut interagieren die zusammen was gibt ja immer teilweise start-up teams die noch nicht mal unternehmen irgendwie haben oder geschäftsidee aber man weiß okay das ist einfach maschinen das ist einfach was die schon erleistet haben was die machen gibt es zum beispiel so ein zwei oder ilan must der weiß der hat eine vision also das geld ist mir eigentlich egal der möchte die leute auf den mars bringen und diesen weltraumexploration die menschen und das ist für mich so vision und team stimmt da überein dann das nächste ist so das marktumfeld wie viel potenzial hat man da klar das ist die klasse sich ein elevator pitch die man von diesen private equity kennt so der markt ist fünf milliarden wir möchten davon zehn prozent haben dann hast du so kleine kreisdiagramme aber da muss das marktpotenzial hoch genug sein also ich würde jetzt zum beispiel keine ahnung mir das fünfte was weiß ich was katzenfutter lieferant ins boot holen oder irgend so was so sondern also es muss wirklich ein hohes marktpotenzial haben dann die idee muss verständlich sein also diese klassischen elevator pitch ich glaube es gibt dann auch so den spruch man muss es einem achtjährigen kind erklären können in 30 sekunden er muss es verstehen so muss es auch sein also ein stück weit ich muss es sehr schnell verstehen wenn es dann so komplex ist was zum beispiel geben kann nfts ist für mich obwohl ich jetzt mit dir auch ein interview gemacht habe ein stück weit noch nicht real fassbar also ich kann es vielleicht weil meine expertise nicht stark genug da drin liegt ich mich stärker einfuchsen müsste aber das wäre so wenn ich okay ich verstehe es nicht gut genug deswegen nehme ich es nicht rein das ist auch der nächste punkt investiere dort wo deine kompetenz liegt also ich gucke wo liegen meine kompetenzen sind gerade im fintech bereich als amateur würde ich so ein bisschen im weltraum enabling technologies sehen das sind so sachen wo ich mich privat auch sehr stark mit beschäftige auch in meiner freizeit wo es gar nicht damit geht also dass ich wirklich auch jetzt nicht in ich finde es super interessant diese ganze dna-forschung sequenzierung und was super super interessant aber meine kompetenz liegt da halt nicht ich würde es mir wünschen und wüsste okay das ist das neue gegen krebsforschung da gibt es zwar biotech ich kann da marketing heftchen durchlesen aber ich kann es nicht genauso verifizieren weiß okay das ist zum beispiel das n26 von asien und dann so okay was machen die anders okay krass die machen das noch der das versuch funktioniert auch hier und dann da in asien gewesen das sind die needs das das meine ich so ein bisschen damit dann kann man schon mal viele fehlinvestitionen stück weit reduzieren glaube ich dann funktionieren das konzept zu proof of concept also gibt es dann auch vielleicht der nächste punkt schon echte anwender also die wirklich schon mal so ein ja einen ersten test gemacht haben also nicht dass das irgendwie so ein prototyp ist in irgendeinem unternehmen dass sie sagen wir wollen raketen hochschießen aber so okay die haben eine theorie aber die wissen nicht mal wie die rakete bauen so in diesem bereich so ein bisschen oder es gibt ein unternehmen in asien zum beispiel das heißt crap was interessant ist winkt mit dem zaunfall keine empfehlung die zum beispiel da habe ich selbst in buch bali gewesen bin ich habe mit dem produkt ich habe bestellt ich habe die app genutzt und da konnte man alles machen essen liefern lassen irgendwo hinbringen lassen geld holen alles so so dinge und ich habe das dann echt genutzt und sagt ja geil das funktioniert ja so das ist nicht so jetzt irgendwie die erzählen mir irgendwas und das nächste ist dann so ein bisschen da arbeite ich auch sehr gerne mit ist so trustnotes aus bestimmten branchen also ich habe gewisse freunde die sich in gewissen branchen sehr stark auskennen wie ein kollege mit weltraum der hat einen eigenen youtube kanal dann habe ich einen kollege der extrem smart ist mit diesem ganzen data warehouse der arbeitete richtig der baust netzwerk systeme auf große firmen und banken und wenn ich dann zum beispiel sage ich habe hier irgendwas gehört von plantier was sagt ich klicke diese marketing heftig und er sagt so das sieht so und so aus in der praxis das ist mega geil das ist mega konkurrent und solche einblicke habe ich als außenstehender nicht ich weiß zum beispiel wie spotify funktioniert und mache die playlisten da da ist wieder was anderes aber jetzt in anderen branchen ist es einfach nicht so und da müsste ich auf solche trustnotes zurückgreifen was ich auch ein stück weit mache dann das nächste was ich mir angucke was ist die konkurrenz ich nenne das dann andere orbiter und die da zum beispiel im feld agieren bei tesla also zum beispiel du hast die komplette automobilbranche die sozusagen als giganten dagegen stehen okay wie groß ist das risiko aber auch was für rechtliche regularien gibt es da richtung uber und sowas ich glaube das sind dann auch solche sachen wo man das risiko stück reduzieren kann da weiß man ja okay bei uber kriegt man ja immer wieder mit ich habe immer wieder probleme oder ich sehe es hier in berlin immer wieder schwierig okay das ist noch so was und das letzte ist dann sozusagen netzwerk berater investoren drumherum da gibt es zum beispiel auch ein deutsches unternehmen manerics die zum beispiel die lasertechniken starlink und sowas ähnliches eventuell produzieren und also keine empfehlung hier alles ne also das ist nur so meine gedankenspiele aber die haben zum beispiel kontakt zu elon musk oder von der deutschen regierung wurde verboten die technologie in die usa zu verkaufen dann sieht man schon mal okay krass die deutsche regierung denkt dass es geopolitisches ja relevanz hat das unternehmen ist noch sehr günstig und das ist jetzt nicht mal berater der investoren aber es ist systemrelevant sie dürfen in die usa verkaufen und der gründer war mal bei space x und zack und dann baue ich mir sozusagen ja die die dots zusammen und denkst du okay krasses netzwerk krasses netzwerk ist bestätigt noch gar nichts zum beispiel kann es ja sein cash treibstoff finanzdaten bücher wie sieht das überhaupt was haben die überhaupt in büchern und so sind die kurz vorm tod brauchen die jetzt das geld nehmen das nur als marketing vehicle das glaube ich auch noch mal so ein letzter punkt den man dann beachten muss und dann habe ich am ende für mich so eine punktzahl und dann gibt es sozusagen so ein ampelsystem grün gelb rot bei grün fliegt das ding los bei gelben muss man gucken vielleicht noch warten nicht der richtige preis oder sowas und bei rot ist es für mich so okay start wird abgebrochen so suche ich diese skyhooks das habe ich für mich jetzt so neu entwickelt über mehrere jahre hinweg sehr viele fehler beim crowdfunding gemacht da komplett jede investition verzockt oder verloren gehabt aber immer weiter aufgebaut auch mit diesem sandkarten test das letztes jahr da wieder neues hinzugelernt was für falsche unternehmen kann ich auch gleich sagen ich eigentlich investiert habe in diesem test was ich jetzt sehr interessant finde grundsätzlich ist eine perfekte liste eigentlich für jeden der mit einzelaktien jetzt selbst wenn er nicht die nächste amazon sucht die liste ich bei jeder einzelne investition die ihr da draußen tätig mal durchgehen und sie einfach überlegen bei welchen der punkten ist die aktie die man im auge habt positiv oder negativ wird zu sofort ab wie viele punkten das ganze bei dir auf grün steht ich habe so so ein dreier system also für jeden punkt gibt es 30 punkte 10 mal 13 30 und dann eluviere ich zum beispiel wo liegt meine komponenz fintech ist drei so zu sagen dass sich jeder gleich stark gewichtet sondern dass unterschiedliche gewichtspunkte genau alle können drei erreichen und dann habe ich halt zum beispiel bei gewissen unternehmen visionen tesla wäre jetzt zum beispiel eine 3 sozusagen dann gibt es aber zum beispiel bei einer microsoft sehe ich dann vielleicht nur noch eine 2 oder eine 1,5 oder sowas so ein bisschen ist ein bisschen gefühlstechnik es ist noch nicht perfekt quantitativ vielleicht wird es das irgendwann werden mit irgendwelchen daten ziehen wäre ein traum aber ja im effekt ist dann wann das war ja die frage so ab 25 safe safe und ab über 20 gucke ich dann mal immer so da ist dieses grün unter 20 gucke ich dann so okay das ist für mich keine dream bets vielleicht ist ein aktieninvestment als langfristiges aber kein sozusagen ja rendite booster für mich in diesem sinne für die strategie sehr interessant gefällt mir sehr gut die liste und vor allem weil jetzt noch eine weitere dimension reingebaut hast dass es halt nicht nur grün oder rot gibt sondern es gibt halt drei punkte für jede dieser 10 werte und das finde ich ziemlich gefällt mir sehr gut ich drücke es mir nachher mal aus ja ich habe das nach nächtlich in vielen aktionen mit meinen alten sachen aus alten videos aus sehr alten videos rückentwickelt neu entwickelt und hier stehen noch ganz viele fragen aber kann ich auch irgendwo mal raushauen ja was den zuschauern mal würdest du mal verraten was denn bisher aktuell so eher im orangen oder im grünen bereich bei den skyhooks liegt oder ein zumindest bei so einem kleinen wert auch da natürlich keine beratung keine empfehlung aber dass man einfach mal sehen können bei dem bist du der meinung sieht ganz ordentlich aus muss nicht über den grünen oder zumindest mal orange würde ich gern wissen vielleicht auch an die zuschauer das größte potenzial sehe ich gerade in meiner x kann man sich mal anschauen das ist ein unternehmen aus deutschland das sozusagen die laser technologie stellen möchte um das satelliten internet von morgen zu schaffen oder auch dass man den flugzeugen internet hat oder live überwachung von flugzeugen das funktioniert auf laser technologie kommt aus dem bereich von münchen dort aus der technischen uni seit 30 jahren wird daran geforscht die haben marktpotential der aktuelle ceo weiß ich nicht ob das einfach nur so ein einer als eingesetzt wurde weil der lustigerweise tatsächlich echt von spacex kommt kontaktet zu ihren masker die technologie hinstellt irgendwie kommen da voll viele punkte aufeinander dass das irgendwie kann natürlich auch jetzt soll die rosa rote brille sein soweit ich das jetzt sehe und diesen 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 kontakt oder diese idee idee habe ich vom kollegen bekommen der im space raum sehr stark unterwegs ist und der auch mit dem ceo von denen so ein interview machen möchte und ja also es ist auf der punkteskala sehr sehr gut das ist ein sehr sehr gut wir können sich oft genug wiederholen ist keine beratung keine empfehlung ja 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 ist passt sogar selber investiert da muss man auch sagen hat interessen ja 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 jetzt ganz sauber auch trennen compliance hallo interessen konflikte angezeigt ja klar ist er selber investiert in diesem unternehmen also bitte wenn er sagt natürlich schon das toll aber einfach draußen dass man einfach mal sieht wie sind die punkte auch für euch aber nur weil er jetzt diese punkte vergeben hat vielleicht insgesamt 25 für nehmen für euch kann es vielleicht bloß eine 15 sein weil von lösertechnik und raumfahrt keine ahnung auch da wieder nicht einfach copycatch spielen aber ich finde es hat namen dazu hatten und du hattest ja letztes jahr das hat gemeint im sandkasten bis übt auch viele andere werte die man durchaus auch kennt nachgekauft also insgesamt wie war für dich das letzte jahr im handel wie stark warst du überrascht von einem starken einbruch hast du schon früher damit gerechnet dass es vielleicht mehr so eine grippe oder schnupfen sein könnte hast einfach gesagt ich habe viel sparverträge hast du gerade selber erwähnt einfach laufen und laufen lässt es aussitzen oder hast du auch versucht markt timing zu treffen wo man natürlich immer daneben liegen kann wenn man halt den weg nach unten einkauft und gerade erst am start war und es geht viel weiter runter hatten halt im nachhinein ein problem nachher ist es total einfach zu sagen ja ich war total cool war es richtig gemacht aber währenddem wie hast du dich da gefühlt also wirklich gefühlslage hast du selber gesagt du kannst verluste gut mal ausblenden war es da genauso einfach für dich tatsächlich beschreibt einfach mal ich glaube diese gefühl situation wie es war wo es los ging ich dachte okay es geht jetzt komplett nach runter corona krise wie ordnet man das ganze ein große unsicherheit und ich konnte für mich nicht sagen was passiert als nächstes was passiert jetzt ist keine ahnung ich wusste es nicht und war wie viele wahrscheinlich so wie der ox vom berg und ich habe mir dann gedacht okay das weather portfolio ist gegen alles abgesichert bin ich erstmal entspannt in diesem bereich wie sieht das jetzt mit den anderen strategien aus beziehungsweise ich hatte noch hohe cash bestände und dachte mir okay wenn wir jetzt ein brechen alte regel von warren buffets und nach dem motto wenn die kurse fallen kauft man günstig nach und damals bin ich dann von sehr hohen sparraten habe ich die nummer um 50 prozent erhöht weil ich gesagt habe generell dass man das all weather portfolio dem traue ich das zu und ich kaufe jetzt einfach günstig ordentlich kräftig nach also ich habe ganz normal meine sparpläne erhöht in dieser ersten strategie und dann sagte ich mir aber auch okay ja was viele reden jetzt von aktien taxifahrer erzählt mir irgendwelche aktien ich habe aber keine ahnung und das mit diesem skyhooks war noch nie so ausgereift und so aber ich möchte irgendwie trotzdem dabei sein und dann gab es irgendwie von außen immer irgendwelche leute eine gute freundin von mir die arbeitet zum beispiel als in architektin und ist nach miami zu der letzten zeit gerade gezogen anfang des jahres und hat dabei real karim cruises in miami auch gearbeitet und dann ging es halt schon so nach unten so 40 prozent was und was sie meinte dann so basti ich original ich habe die nachricht das wird unser video eingeblendet el basti diesen 40 prozent gefallen schifffahrt wird aber wieder der zukunft boom wenn das mit dem corona mal vorbei ist könnte super interessant sein und dann war ich schon auch so ein bisschen getriggert so okay krass wenn die das sagt das ist so trust note das war so damals noch nicht komplett ausgereift ja ich mache jetzt dieses experiment mit 5000 euro 500 bis 1000 euro kann man da mal reinstecken so irgendwie oder ja ziemlich blind aber ich habe gesagt okay ich kann das alles verlieren die liste grob im kopf habe ich das natürlich immer alles gehabt das ist so jemand der ganz ganz neu ist vielleicht noch nicht so einzuschätzen und hat dann gesagt okay das wird so mein erster bett und das habe ich auch tatsächlich noch vor diesem großen einbruch gemacht weil dieses extrem anfang des jahres gesagt hat und dann ging es aber erst mal richtig krass nach unten und ich hatte dann echt so ein komisches gefühl was ist jetzt los irgendwie gar nicht so geil irgendwie und dann kam halt immer mehr leute hier irgendwie ein guter kollege irgendwie hat man über tesla erzählt immer wieder und immer wieder und hat mir auch schon das jahr davor mit kollegen gehockt und er war da schon gut gut im plus und sowas und hat immer so tesla als war so tesla jünger und ich so eine günstige möglichkeit irgendwie und habe mir die dann so ins boot geholt die tesla weil ich sage okay ich will einfach mal gucken was der elon master macht irgendwie der hat eine vision ich sage so was war so ein persönliches involvement so ein bisschen ich wollte mal einfach so wenn man irgendwo was rein investiert oder was kauft ist man viel mehr davon involviert jetzt sehe ich zum beispiel überall tesla so gefühlt also das wollte ich für mich aus der rete weil ich weiß was es früher schon so gemacht habe wenn ich etwas investiere dann gucke ich da immer drauf und hat dann hatte auch mal 500 euro reingeschossen dann kam das mit tui und sowas auf und dachte mir okay die werden mal nicht pleite gehen also ich habe so gewisse szenarien im kopf ausgemalt und habe dann gelegt okay wie könnte das laufen das ist ich glaube jetzt nicht an tui dass das das nächste krasse unternehmen wird und sowas das hat zum beispiel mit dem punkt gar nicht übereingestimmt aber es war so okay das könnte ein rebound in der zukunft nach der korona krise da wollen einfach alle mal in urlaub fahren und tui pauschal oder aber komm die fahren damit die pauschal oder vom die fahren auf die schiffe ist mein risiko jetzt hier drinne tesla sehe ich dann schon als die langfristige vision dann hatte ich noch so eine shell drin ich dachte okay das ist so eine weltwirtschaft bla 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 ein riesenunternehmen ich glaube jetzt nicht an die fossilen brennstoffe ist auch nicht so geil da braucht man innovation aber klar die sind so der treibstoff wenn man so bildlich aussprechen mit dem treibstoff für die welt sozusagen da kommt man erst mal nicht darum und dachte die werden schon einbrechen mit lockdown umso mehr der lektor umso mehr fallen sie aber kaufe ich dann ein und es ging natürlich alles extrem nach unten erst beim anfang und dann war es so turbulent ich dachte mir okay das ist die eine die sehr sehr spekulativ und dann dachte ich mir okay ich hole mir noch mal so vier gegengewichte rein und dann nehme ich einfach mal die großen tech riesen wo ich dann so dieses visions ding wieder hatte okay wir sehen einerseits eine transformation von der offline zur online welt und wenn wir jetzt einen lockdown haben ist die offline welt zu die online welt wird also noch mehr davon profitieren ein stück weit also so härter der lockdown ist klar wird es auch die großen tech riesen ein bisschen stören aber irgendwie ja es schifftet immer mehr dahin in die richtung und das zweite was ich mir gedacht habe okay ich bin ja eh schon ein digitaler nomade und reise überall rum transformation der arbeitswelt brauchen wir überhaupt noch diese büroflächen welche firmen profitieren davon und habe mir dann halt eigentlich die großen reingeholt microsoft alphabet google was habe ich noch drin gehabt apple und ich kann es gleich zeigen in den aktien ich habe mir viel reingeholt und habe dann sozusagen mal geguckt was passiert es war bis auf caribbean cruises die habe ich im januar das versteht gut eingebrochen und die anderen habe ich alle am dritten vierten also jetzt wo wir aufnehmen ungefähr vor einem jahr habe ich die gekauft und wir können ja gucken was jetzt rausgekommen ist eingekauft in tiefständen genau aus dem grund weil corona weil eine andere situation genau genau das war das war nur ein testballon hier sozusagen mit 5000 euro habe diese aufgeteilt in entweder 500 oder 1000 euro bei royal caribbean cruises habe ich noch mal nachgekauft weil es dann noch mal stark nach unten gegangen ist und das war alles so an diesem dritten vierten weil ich gesagt habe es war einfach nur glück es war einfach nur glück es war nicht dass ich genau marktiming gemacht habe das ist jetzt der tiefste tiefste zeitpunkt das muss man sagen also deswegen ich hatte die ideen und hatte gesagt ich interessiere dieses geld aber es hätte auch noch mal 30 prozent nach unten gehen können und dann wäre ich vielleicht jetzt nicht so im plus wie man das hier sieht also insgesamt sind jetzt 104 prozent das kann man auf keinen fall replizieren jedes jahr und wenn dann hatten wir es auch schon vorgespräch würde ich nicht mehr sitzen also und ich bin hier mit dem risiko reingegangen deswegen auch bitte ich falsch verstehen nur 5000 euro also das war nur so ein testballon für mich wo ich einfach das hat mir ist mir weh genug getan dass ich immer rein gucke aber es hat mich nicht finanziell ruiniert weil ich in meiner sicherheitsstufe immer noch oben abgesichert bin so das muss man dazu ganz klar sagen wenn wir jetzt mal alles zusammen ganz kurz was einmal gesagt du hast 50 prozent glaube ich deinen sicheren haken du hast dann dann die ganzen aktien und das die skyhooks hast du eine zahl wieder das letzte jahr insgesamt im prozent für dich verlaufen ist sagst du nur wo es krise war die krise hast du krise heißt ja auf chinesisch gleichzeitig auch chance wir sind über china zum teil auch genutzt hast du eine sparrate erhöht hast du nicht abschrecken lassen das muss man erstmal können ganz klar und bisher am ende vom jahr wahrscheinlich noch relativ glimpflich rausgekommen ganz ordentlich denke ich mal mit der strategie ja also der krypto teil hat natürlich ordentlich eines gemacht der ging ja ordentlich nach oben und der das das hat mich stark mitgezogen also da ist auch gerade dieser shift gekommen in diese finanzielle nächste stufe die ich da erreicht habe also ging es da schon in guten zweistelligen nach oben ist würde es mal auf 30 40 prozent schätzen kryptos waren auf jeden fall der größte anteil daran also man sieht ja hier da waren es 100 bei dem anderen waren es 40 das allweather portfolio kann ich gar nicht genau sagen aber die kryptos haben ja allein von den absoluten zahlen da sehr viel rausgeholt aber auch in so vorgesprächen können wir vielleicht jeden der jetzt mit investieren anfängt 1 mitgeben fangt von anfang an an sauber zu dokumentieren ja hatten getan hat bei basti hat vor gesagt wo du hier also jahre jahre lang alles an pdf 5 etfs zwölf mal im monat im jahr kommt ein vertrag der gekauft wird das nachträglich irgendwo bei treasure one oder bei portfolio performance oder hier wie du es eben gerade bei ich glaube get quinn nachzeichnet ja ziemlich auffällig seit am anfang sehr sehr genau weil während dem wird es einfacher definitiv also ich suche ja nach jahren schon da bin immer hin und her gesprungen von excel dann war ich bei rentablo wieder zurück zu excel dann wieder kurz dahin gesprungen und so sieht es aus also mit den shooting stars das ist ein jahr das relativ einfach mit dem alpha das auch noch frischer aber mit dem allweather portfolio das ich seit keine ahnung gekauft habe wie viele jahren acht jahren oder sowas kriegt das mal hin also da musst du teilweise hat die konsers bank ja war früher noch die dhb bank und versuch mal diese alten pdf dazu kriegen und okay das sind pain auf jeden fall da bin ich mal gespannt ob du irgendwann dann mal damit aufs laufende kommt ja du willst noch ein paar die einzelwerte mal zeigen wie sie entwickelt haben vielleicht auch da mal ein bisschen blicken die einzelwerte ob die genauso geklappt haben also man sieht ja hier recht schön ich versuche es noch mal so groß wie möglich zu machen nicht dass die regie dann probleme hat hier anna ich massen das passt die können doch noch besser perfekt ja komm mal das kann man doch sehen oder dann mache ich das noch hier groß um also man sieht hier schon ja unten tui und shell sind zu sagen mehr oder weniger plus minus 16 prozent sind jetzt auch schon wieder viel aber jetzt erst mal in der relation sind an angesprochen also meine partizipation dass ich sage okay tui läuft ist natürlich gerade noch in dieser blase gefangen dass wir gefangen sind im lockdown so ein stück weit das wäre jetzt zum beispiel ich würde die aktie in der retro perspektive mit so einem skyhook nicht mehr kaufen wegen vision von geschäftsbericht und so weiter und so fort also das ist gar nicht mehr eine aktie die ich kaufen wollte das war damals so eine hypothese gerade halte ich sie jetzt noch im portfolio weil ich sehe das gebundene potenzial nach diesem lockdown wenn das aufgeht leute wollen in urlaub ich weiß es von mir selbst ich weiß es von vielen anderen ist jetzt einfach mal so eine wahrnehmung ich glaube viele wollen dann erst mal raus und auch wenn tui nicht innovativ des todes ist wird wahrscheinlich der ein oder andere oder noch ältere generation auch wenn ich da nichts böses möchte sagen einfach die werden einfach mal da in urlaub buchen und dann bei shell sehe ich es auch ein bisschen ähnliche ja da wird wahrscheinlich mal ein schwung mit der wirtschaft das sagt man ja auch so so wir haben jetzt von mir aus minus x prozent und danach machen wir plus drei prozent mehr als normal und wenn wir es in den möglichen medien gezogen hätten soll es also ein aufholeffekt geben wird die großen klassiker man hat gesehen da ist so ein bisschen die strategie aufgegangen die haben sehr stark von der transformation der arbeitswelt profitiert und noch mal stärker schiff wirklich von der offline welt online welt ist ein bisschen schade wird natürlich für den ganzen offline markt ist die leute wie kann man da agieren ist jetzt nicht mein problem in anführungszeichen irgendwann vielleicht gesellschaftlich schon auf jeden fall aber wie man zum beispiel die innenstädte trotzdem noch beleben kann mit boutique läden in die richtung halt keine großen galeria kaufhofen mehr aber das ist ein ganz anderes spielfeld aber ja da habe ich so da ist so dieses gegengewicht das ist das mittelfeld also die sind jetzt keine übertriebenen ausbrüche aber sie haben sich gut entwickelt von 50 bis 80 prozent ja also ja sie haben sich sehr gut entwickelt ja aber einfach ganz klar sagen dass wir ja kommt also extrem gute zahlen dabei raus ja das ja ist jetzt auch sehr 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 außergewöhnlich ich glaube das wird nicht mehr so schnell wieder kommen und was ich jetzt auch wieder zur strategie sage für mich in der retro perspektive ja es war ein gutes investment aber ich würde jetzt zum beispiel nicht mehr in diese unternehmen investieren als skyhooks immer noch also 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 als investment im alpha bereich oder sowas aber diese skyhooks sie haben diese unternehmen sind in schon so einer reife drin dass außer es kommt eine extrem innovative technologischer fortschrift aus dem unternehmen wird es jetzt nicht mehr so krass nach oben gehen wie vielleicht so eine minerics oder vielleicht irgendein anderes unternehmen was in diesem bereich noch ganz frischer markt ist und das einfach eine marktkapitalisierung vielleicht von 400 millionen hat und nicht wie eine trillion gefühlt oder billion wenn man es im deutschen bereich sagen würde europäischen das ist halt das maxtums level nach oben ist nicht begrenzt aber es ist nicht mehr so schnell ja und dann hat man ja und dann hat man also ein bier geht auf jeden fall an die freundin aus miami habe ich ja auch schon geschrieben so ein stück weit so ey cooler tipp mit real caribbean ja die haben natürlich jetzt schon so ein bisschen ja bisschen aufmachen da gibt es schon so sonderanbote ich war auf der webseite also ich war noch nie auf so einem komischen kreuzfahrtschrift irgendwie drauf ich weiß das nur durch sie würde ich auch nicht mehr in der retro perspektive kaufen weil ich da gar nicht so den einblick habe klar ich kann mir das zusammen reimen so ein bisschen aber ich glaube jetzt auch nicht dass sie die welt verändern beziehungsweise mit dem carbonausstoß und kohlenstoff wenn da nicht etwas innovatives kommt der freund der zum beispiel auch dem raumfahrt sehr gut ist der ist zum beispiel schiffingenieur und hat auch gesagt ja triebstahl ruder und bla was alles gibt und so also er kennt sich da viel 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 besser aus und ich bin da echt nur glaubst du so ein laie halt wo ich mich im fintech viel besser auskenne also das auch analysiere ich immer was ich noch hätte besser machen können obwohl es schon sehr gut ist und das letzte ist tesla ja da ist auch so ein bisschen die vision aufgegangen klar das hat da ist sehr 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 viel hoffnung drin und ich finde es auch sehr interessant und er hat eine vision ist die frage ob ich sowas dann noch hier hinterfrage ich mich gerade ist noch potenzial in der aktie drin da gibt es ja so arg invest die sprechen von zahlen die exorbitant sind weil die skalierungsraten von batterientechnik autonom fahren extrem hoch sind da weiß ich aber für mich nur nicht da muss ich noch die strategie auch die jetzt habe überlegen okay ist da noch genügend luft nach oben genügend potenzial wie viel eingepreist ist das schon klar das ist jetzt sehr gut gelaufen aber müssen jetzt überlegen lohnt sich da noch drin zu bleiben mit dem potenzial was ich vielleicht in eine andere aktie stecken das ist immer so hier ist die überlegung okay gibt es potenziale die noch mehr sind obwohl ich glaube dass es noch nicht am ende ist das sozusagen so wie ich da in der analyse vorgehen so ich nehme mal mit vielleicht einmal ganz klar eine klare strategie das arbeit das geld anlegen angeht denn 10 punkte plan wirklich sehr gut und ich höre immer wieder du hast einfach auch einen großen bekannten und freundeskreis da einfach auch einen blick für für aktien für wirtschaft hat ich glaube natürlich auch sehr sehr wichtig werden einfach auch nicht alleine daheim mit dunklen kämmerchen sitzt und sich alleine die meinung bildet und alleine weiß was geht sondern braucht einfach eine gewisse community im freundeskreis wo man ein bisschen vertrauen drin hat wo man auch weiß der gibt zu hat man fehler gemacht unglaublich wichtig auch fehler mal einzugestehen und man spricht ehrlich drüber mal ganz kurz da draußen habt ihr wirklich freunde in realen welt oder seid ihr auch in den weiten die ja bei youtube sich irgendwie kennen vielleicht auch im realen umfeld sieht noch wenig leute sich damit beschäftigen mich wird interessieren bei mir muss ich ganz ehrlich sagen es sind ganz wenig die sich wirklich mit mir über börse und aktien im privaten umfeld unterhalten für die meist immer noch so nee ach nee lieber nicht da kann ich wahrscheinlich olaf scholz als nachbar haben das wäre interessant aber wie sieht es bei euch aus das wird mich mal interessieren was die von meiner seite aus vielen vielen dank für den termin heute ich freue mich schon in 20 jahren wenn man sehen kann ja ja das ist dann ja oder auch dazwischen mal soll ich mein basti dazwischen rein holen habt ihr lust drauf mir sehr viel spaß gemacht und einfach mal bis zum nächsten mal möge die macht mit design ich wünsche viel glück bei weiter an auch dazu auch dazu